Heute mit der Rezension zu Natürlich Fit Ein Ratgeber von Felix Glemme Der Klappentext Effektives Workout für Starter und Profis TV-Moderator und Sportwissenschaftler Felix Glemme zeigt, was der Körper braucht, um gesund und widerstandsfähig zu sein. Tägliche Bewegung, Natur und ein kurzes, aber knackiges Workout. Die 60 Übungen seines Fitnesstrainings sind individuell zusammengestellbar und sowohl für motivierte Einsteiger als auch routinierte Profis ein Gewinn. Mit zahlreichen Fotos und ausführlichen Übungsanleitungen sowie einem Test zur persönlichen Fitnesssituation. Kann jeder sein persönliches Trainingsprogramm starten. Mit wenig Aufwand und ohne teure Geräte. Meine persönliche Rezension. So, Fasching ist rum und damit wird es endlich Zeit, sich um die kleinen Pölsterchen zu kümmern, die seit der Adventszeit fröhlich gewachsen sind. Aber mal ehrlich, die Kekse waren auch zu lecker. Die Essen mit Familie und Freunden gesellig und den paar Wochen bis Karneval lohnte sich auch nicht so recht, nach der Ernährung zu schauen. Und das Wetter war ja eh so schlecht, dass man kaum raus konnte. Aber jetzt ist Schluss. Ich achte wieder auf die Ernährung und mache regelmäßig Sport. Klingt bekannt, oder? Das war eine kleine Auswahl meiner persönlichen Ausreden, an denen meine Trainerin schon leicht verzweifelte. Mit ihrer Hilfe habe ich in den letzten zwei Jahren meinen BMI von 44 auf 37 reduziert und bin sogar einem kleinen Walking-Event mitgelaufen. Für manche Menschen sind 5 Kilometer Walken ein Spaziergang. Für mich war es eine sportliche Leistung. Ohne sie würde dieses Buch nach dem Lesen garantiert dort verschwinden, wo schon viele andere zu dem Thema gesunde Ernährung und Sport gelandet sind. Eingestaubt in meinem Bücherregal. Somit gehöre ich zu einer recht großen Gruppe von Menschen, die zwar sehr genau wissen, was sie falsch machen, es aber trotzdem nicht ändern. Es fehlt der letzte Motivationskick. Dieser ist so individuell, wie wir Menschen eben sind. Fortsetzung um ist rum. Also Brustern ist rum. Jetzt habe ich aber wirklich angefangen. Mein normales wöchentliches Training lief ja, aber meine zusätzlichen Trainingsanheiten nicht wirklich. Ich wollte ja das Buch nicht nur lesen, sondern auch testen. Mit der Ernährung hat es schon mal ganz gut geklappt, trotz Schokohase. Nur das mit der Bewegung ist so ein kleines Problem. Darüber zu lesen ist gut, aber eben nur der erste Schritt. Und der zweite ist viel schwerer. Die Umsetzung. Der Theorie-Teil des Buches von Felix Glemme ist prima. Er schreibt informativ, aber auch so, dass man alles ohne Studium von Medizin und Ernährungswissenschaften versteht. Es ist sehr verständlich, was zu wenig Bewegung mit unserem Körper macht. Er geht auch auf die üblichen Ausreden, wie Erkältung, mir tut das weh und das weh, oder auch Angst, zu viele Muskeln aufzubauen, ein. Auch der Bereich Regeneration wird gut abgedeckt. Das Kapitel Essen und Trainieren ist gut beschrieben und hat sehr schön den Spiegel von meiner Nase gehalten. Das, was fehlende Nährstoffe machen, ist schon nicht ohne. Dazu hätte ich gerne noch mehr erfahren. Die Nährstoffanalyse durch ein entsprechendes Blutbild hat mich neugierig gemacht. Daraufhin habe ich den Hinweis entsprechend auf seine Internetseite nachgeschaut. Dort allerdings nichts zu relevanten Nährstoffen gefunden. Nur die Angebote zum Outdoor-Gym und seine Bücher. Mit den 10.000 Schritten am Tag komme ich eigentlich nie hin. Also das schaffe ich nicht. Er erklärt auch schön, dass einfach nur Bewegung alleine nicht zur Gewichtsreduktion führt. Es geht um gezielte Bewegung. Muskelaufbau, die fünf motorischen Grundeigenschaften, wie die er beschreibt, sind mir einleuchtend. Kraft, Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit und Schnelligkeit sind Fähigkeiten, die der Mensch schon immer brauchte. Und auch heute noch genauso nötig hat. All das zu trainieren, soll ja nun schnell gehen. Im Prinzip ja. Das im Übungsteil erläuterte in der Waldtraining nimmt gerade mal 22 Minuten in Anspruch. Jetzt aber auch daran denken, dass man erstmal raus in der Tour sollte. Vorzugsweise nicht direkt mit dem Auto vorfahren, sondern laufen oder Radfahren. So habe ich es jedenfalls verstanden. Das Training mit dem, was man in der Natur vorfindet, klingt zwar gut, allerdings finde ich nie die passenden Äste. Wenn ich also erstmal eine halbe Stunde im Wald nach meinen Utensilien suche, und zwar habe ich zur Bewegung aber kein Training und 30 Minuten weniger für anderes zur Verfügung. Auch die Verfügbarkeit von Ästen, Stämmen und Steinen in unseren aufgeräumten Parks und Wäldern ist etwas eingeschränkt. Bei meiner letzten Walking-Runde habe ich mal gezielt darauf geachtet und musste feststellen, dass ich so auf Anhieb nichts Passendes gesehen habe. Ich gebe zu, ich schummele derzeit. Die meisten Übungen kann man auch zu Hause machen. Das ist jetzt meine Interpretation von variabel trainieren. Auch wenn es kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung gibt, ist es kein Wetter, das mich persönlich motiviert, draußen aktiv zu werden. Also lieber drin als gar nicht. Die Übungen starten mit einem Fitness-Check. Demnach gehöre ich noch zu den Anfängern. Wenn auch mittlerweile im oberen Bereich. Das hat sich in den letzten zwei Jahren sehr viel getan. Damals konnte ich nicht eine einzige Liegestütze. Die meisten Übungen kannte ich schon vorher und meine Trainerin hatte mir da bereits ein paar Fehler von früher ausgetrieben. Als Anfänger finde ich es allerdings schon nicht einfach, die Haltung richtig einzuschätzen. Zumal im Feld, Wald und Wiese der Spiegel zur Kontrolle fehlt. Da dürfte ein Trainingspartner hilfreich sein. Daher fand ich es besonders gut, dass Herr Klemme genau diese Haltungsfehler proaktiv anspricht. So beschreibt er beim Rudern in der Kniebeugenposition das natürliche Hohlkreuz. Und es wird in den Fotos sehr deutlich gezeigt. An dieser Stelle sollte auch mal der Fotograf lobend erwähnt werden, der sogar die Muskelgruppen deutlich getroffen hat. So dass man bei der Übung Brustpresse mit Ast klar sieht, wie sie angespannt werden. Obwohl der Ast kein Gewicht oder kein großes Gewicht für Herrn Klemme ist. Als Anfänger kann ich nur sagen, dass es mir nicht leicht fällt, solche Übungen mit entsprechender Spannung durchzuführen. Aber die Bilder helfen dabei, dass ich mir den passenden Muskel vorstellen und ansteuern kann. Gut finde ich auch die Hinweise bei den Übungen, wie man die Intensität steigern kann. Ich denke, dies ist besonders wichtig, wenn man langsam aus dem Starterlevel hinaus in den Pro-Level sich hinein bewegt. Welche Übungen eher Anfänger oder schon Fortgeschritten sind, liegt wohl ein Stück weit auch im Auge des Betrachters. Während ich Oden im Gelände schon sehr heftig für den Anfänger halte, finde ich die böse Rolle gar nicht schlimm. Jeder hat halt seine persönlichen Stärken und Schwächen, die er aber auch realistisch einschätzen sollte. Ich mache, jetzt mache ich die Übung schon die zweite Woche und ich muss sagen, es bringt was. Das Buch hat leider den gleichen Fehler wie alle anderen dieser Art. Es hilft nicht, wenn es nur gelesen wird. Man muss es auch umsetzen. Wenn sich der Frühling jetzt doch irgendwann mal bequem Einzug zu halten, gehe ich auch wieder raus. Versprochen. Bis dahin, Buch holen, lesen und mitmachen. Wir sehen uns im Wald. Die Rezension ist von meiner Kollegin Heike geschrieben worden und das Buch ist im Jahr 2017 rausgekommen und kostet immer noch 19,99 Euro, die aber, glaube ich, wirklich gut angelegt sind. Viel Spaß dabei, wünscht euch euer Markus von Literaturlaunch.eu. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer Markus. Intodaff Investor. buildings Abreieg determine bei der Literaturlaunch.eu.